Das lassen wir jetzt erstmal wachsen hier. Holz bräuchten wir auch bald mal wieder ein neues. Aber da haben wir noch das und das hier. Das ist gleich zum Bauen. Das hier ist zum Benutzen. So. 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 Und so. So. Und den hoch. Eine Schaufel wäre nicht schlecht. Dreck werden wir noch einiges brauchen momentan. Das Eisen, das verwahren wir erstmal. Das war keine sehr gute Idee. Obwohl was kommt hier durch? Hier kommt kein Zombie durch. Keine Spinne durch. Und wir haben ein Fenster durch das wir gucken können. Das wäre hinterher ein richtig schöner Keller hier. Ab hier dann allerdings erst. Weil wenn wir die noch rausziehen. Eins, zwei, drei, vier. Und eine Reihe Wand. Oh, da oben ist wieder Kohle. Dann machen wir es erstmal bis hier. Hier ist schon wieder abgestürzt. Ach ne. War noch was anderes. So, da unten haben wir wieder ein bisschen Kohle. So eine schöne Eisenader wäre natürlich auch was Feines. So zwölf Stück. So, da unten haben wir wieder. Mal schauen, was macht das Wetter immer noch dunkel und immer noch am Schneiden. Oh scheiße, das hatte ich ja total vergessen. Könnte ich meine Tür bitte wieder haben. Man fällt doch nicht gleich mit der Tür ins Haus. Oh, das war keine der schlauesten Ideen, aber mein Gott, das kriegen wir hin. So. Sieht zwar jetzt nicht toll aus, aber es hält. Erstmal. Schnell wachsender Weizen. Ich opfer jetzt. Ach ne, wir haben kein Zuckerrohr. Mist. Ja komm, das sieht doch doof aus. Zum Glück war es nur einer. Jetzt überlegt mal, der Zombie schlägt die Tür ein und dahinter kommt der Creeper. Das wäre Horror gewesen. Ach, für den Anfang reicht mir das so auch schon. Jedenfalls haben wir jetzt erstmal genug Stein für unsere Sache. Am nächsten Tag holen wir uns jetzt erstmal etwas Zuckerrohr. Und Schnee. Und dann bauen wir erstmal das Haus oben drüber. Und am besten auch ein Bett. Also ein bisschen Wolle. Oh je, schon wieder. Ja komm, einfach rein. Naja. Acht Fleisch. Wenn wir wieder mal kurz davor sind zu verhungern, können wir das nehmen. Hier haben wir Glas. Das Glas können wir auch gut gebrauchen. Ja komm rein. Alter Schwede. Was machen die beiden Bäume? Ist hier sonst irgendwas bösartiges? Ja. Ja. Er hier. Oh. Batsch. Das hat gesessen. Oh. Das hat unsere Defense auch ziemlich auseinander genommen. Wo? Wo ist der? Ach da. Ups. Oh, jetzt brennen wir auch noch. Oh nein. Nein. Ich habe langsam echt keine Lust mehr. Das ist jetzt... Die fünfte Aufnahme, die wir versemmeln. Und das, obwohl wir schon so ein schönes Haus hatten. Naja. Da kann man nichts machen. Boah, wieso musste unsere... Ah, Weltkargemalz kaputt sein. Naja. Für heute war es das für mich. Ich verabschiede mich. Tschüss. Ichgerabe uns zum nächsten Mal. fears κα Affe Ching. Ja. Super fotos.